z okay wir kommen zu Survival Games, also auf dem GOMM-Server wir spielen auf Roseville und wir sind das erste Mal in Survival Games reingekommen und dann haben wir die Beute und das war schon das Ende der Beute das sollten wir machen ich habe zwei Bögen ich habe auch ich habe richtig viel Essen so bist du Lass die Gäste das ist beim Sport die Bedrohung ich bin da die Schuppe die Axt Achtung ein reißen die auch bei sich an Goldschwert ich hab ich hab richtig die Eidmann 1 Nein aber doch nicht ich habe 3 3 ich habe die Eidreise die Eidreise die Prozent Prozent die das gleich getötet die Lieferien in der Kampffsinn um und den Tüten ja hier haben halt er hat richtig gute Sachen Helm er mich hat noch einen eilenen für dich ja ich habe er kommt und soll nichts mehr aufzuhalten auch noch etwas nicht was braucht ich will die vier Sachen immer noch ein Wort die Kälte mir hat mit dem Sporn der Fläche hin hat noch irgendwie nur so gut er hat noch nicht in Sachen rein es sind alle notwendig nö eigentlich nicht auch schon danke Einen Stick brauche ich. Einen Schuhe. Oh, Pfeile brauche ich selbst. Da ist alles? Ja, alles Unnötige. Ich habe noch ganz viel Goldsachen. Na, hast du eine Hose? Ja. Für mich? Ich habe eine Kettenhose. Oh, danke. Oh, danke. Okay, auf in den Kamm, jetzt sind wir gut gerüstet. Ich habe Iron Boots, besser. Ich habe... Ich muss aber jetzt erstmal was essen, nicht muss man Hunger regeln. Yummy, yummy. Karotten. Das schein-schwert ist ja stärker als das Goldschwert, wusstest du das? Echt? Ich dachte mal, oh, die hat der Eisen. Nö, nö, den machen wir weg, Alter. Die Mann-Axt hat der nur. Ich weiß nicht, schnetzeln wir. Ha, ich bin getötet. Mann, ich bin gerade mal... Hast du irgendwas noch für mich, was mir passen könnte? Ähm, ich habe hier eine Hose. Okay, ja, eine Hose. Gold ist... Goldhelm. Goldhelm brauche ich nicht, aber... Ich habe ganz viel, ich habe auch Goldschuhe. Hast du Steinspeer? Ja, aber ich habe immer noch ein Goldschwert, das kann ich dir geben. Oh ja. Gib mal einen Steinspeer. Nein, ich habe nur eins. Ach so. Okay, warte. Ich habe ein Feuerzeug und eine Diamant-Axt. Ja, geil. Die macht ja Attack-Damage-6, sie ist ja stärker als das Schwert. Steinspeer? Kriegst du denn das Steinspeer? Oh, so. Okay, wie viel Damage hat ein Steinspeer? Fünf Jahre, nämlich lieber das Schwert anstatt die Axt. Robert? Ja. So, ich dachte, das war zu leise. Ja, geil. Ich habe einen Diamanten. Das heißt, wir brauchen nur noch einen, denn können wir einen, können wir uns ein Schwert machen. Der hätte mich locker platt gemacht mit der, oder wie, wie bin ich eigentlich, ja, ja, ich, äh, sind fünf Rüstungsbalken gut? Ähm, ja, ich habe, warte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechseinhalb. Wie viel, was hast du denn für eine Rüstung? Ich habe eine Eisenbrustplatte, die habe ich nicht, siehst du. Naja, warte, ich habe noch eine bessere Brustplatte für dich als Leder. Und kennen. Jetzt habe ich sechs. Hm. Ist gut. Ich würde mal sagen, jetzt suchen wir mal welche. Wie viele sind überhaupt noch da und nicht mehr so viele. Hä, ich macke. Das war mit dem Namen. Wo? Da vorne. Die prügelen sich, dann kann auch und nicht abstorben. Oh, der reist wird. ich habe ihn getötet ich will dich dich schlagen irgendwann habe ich getötet der hier die gehen stein ich verfolge ihn hier n die Stuttgart das muss daher jetzt noch mal auf und ich habe ich habe 6 1 das ist es bei er auch neu wo bist du ich verfolge gerade noch ein typen Wort wäre er ehrlich wäre es kein Tod oder sowas aufnehmen würde wird er aufgrund ich habe ein Auerkopf die Woche über mich haben heute ich hab dich und dann direkt hinter die Wüste Lebensrettung aber geht weiter zusammen mit der Stadt und ich bin in den Spülnetzen die erste Einstiegsdienste und mit der Wartekonstellung ja erst tot da ihr Ohr und der Schöne Sachen geil brauchen auch nur wird Mensch Prozent nur noch vier sind am Leben und die Gehörte Alter meine erste Runde zur Wahl der Gäste nicht die es gewinnt L er ist nur so ob da sind hier proben ich habe auch eine ja davon nehmen uns beide mal eine münchliche stoffen auf jeden Tag die haben hier und ich ganz für Rostfleisch habe ich ihn auch als sind es sind immer noch 4 wird aus dem Fleisch eigentlich hat die ich habe 22 Hühnchen gebraht da kommt die Wand o für die ihn ein er hat uns schafft er nicht ja und mit dem Land der Eisenbruch hat auch so braucht man zu reinen ab der Welt älte noch ein oder eine Worte Achina echt aber er ist auf ihn gehen und dann und auch den mit Gold ja komm den schnetzeln wir hier hat er auch die Worte jetzt machen wir noch ein bisschen dass die beiden die gerechte Chance haben und ja ich habe ich habe es gewonnen ich bin weitergeworden toll alter ich war richtig gut ja geile runde oder das war die runde der erste runde ist so weit weg ist es den kanal dies dass die worte ich bin ja ich weiß ich danke schön ich werde gleich noch eine aufnehmen ich habe aber wie sich bock auf sie war begegnet und das war die folge bis zum nächsten mal bye-bye